So, meine... Ihr Halunken, meine ich. Meine Halunken? Ihr Halunken. Huch, wer redet da? Ja, dem geht's gut, genau. Ach, das ist hier Schützelein. Ein Chinesemodul? Wie, was ist jetzt... Ne, wer ist denn das jetzt gewesen hier? Das Mäuschen. Ja, gut, hinüber ist sie. Mit Kreis kann ich dann... Aha, mhm. Kann ich Chinesemodul machen? Das hat sich gerade bewegt. Ich trau dem Braten hier nicht. Da ist schon wieder ein Shop. Aber ich hab eh gerade mal ganzes Geld schon verplempert. Also, und hier muss ich jetzt... Da kann man natürlich nicht drüber klettern. Äh... Äh... Aha. Na gut. Können wir Chinesemodul machen? Kann ich das immer machen jetzt, oder was? Oder jetzt muss ich das auch irgendwie aufladen? Schemata auf, um dem Shop Objekte hinzuzufügen. Schemata auf, um dem Shop Objekte hinzuzufügen. Aha. Schema Flammenwerfer. Ei. Okay. Aha, also das heißt, ich kann quasi neue Waffen finden und die dann kaufen. Oder wie? Ja, ja. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und an... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Crews von der RIG des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sich sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich damit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zweitlos. Ja. So, ich muss mir also bei der Medikamentenausgabe Termit besorgen. Das klingt logisch. Geld. Lebenserhaltung. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Okay, ja, hier fliegen, fliegen. Hier stinkt es doch. Was ist das da? Achso, speichern. Ja, komm, was soll's. Kostet ja nichts. Machen wir. So. Shop brauche ich noch nicht. Und ich muss nur da lang. Aber ich könnte auch hier lang. Bildgebende Diagnostik. Forschungsflügel. Da werde ich wohl auch noch hin müssen, ne? Dann gehen wir erstmal hier lang. Und hinkommen tue ich ja sowieso, weil das da muss ich sprengen. Mach auf die Hütte. Der sieht einigermaßen tot aus. Ja, hab ich schon rausgefunden. Hehe. Das hab ich schon rausgefunden. Science. Boah, hier sieht's aber nicht so schön aus. Kann ich mich noch ein bisschen aufladen hier? Stase war das hier. Na Gott sei Dank, gibt's sowas in der Zukunft. Hauptlabor. Bitte untersuchen Sie sich auf Kontaminationen. Wie soll ich mich denn selber auf Kontaminationen untersuchen? Oh, hier ist aber... Gib mir das mal her. Ja. Ja. Was wollte ich jetzt holen? Ach, Termin. Oh. Wie geht's denn wo hin? Äh. Wow. Oh, der lebt noch. Ein bisschen zumindest. Ah, wo kommt's? Ah. Hm. Oh, ganz viel Energie hier. Äh, Plasma-Energie. Also, ne? Geht die denn auch hier rein? Ach, geht's gar nicht. Ach so, das ist ja super. Da brauche ich ganz andere Munition für, also. Impuls-Projektile. Ah ja. Das heißt, wenn ich das benutze, dann finde ich da auch Energie für, beziehungsweise Munition für. Scheinbar. Na, kommt aus dir noch irgendwas raus? So, wo muss ich hin? Da so. Hm. Was ist das denn? Was? Was steht da? Watch the winds. So. Ja. Hier kann ich runterfahren. Gibt's noch irgendwas zu entdecken? Muss ich wahrscheinlich auch runterfahren? Ja. Da unten brennt auch was rum. Oh, stirb, du Mistvieh. Tool-Time. Was auch immer das bedeuten soll. So, fahren wir mal runter hier mit der Möhre. Nachgeladener mal. Und du hast doch hier so ein Medi-Pack dabei. Inventar ist voll. Dann nutzen wir doch mal eins von den Medi-Packs. Was habe ich denn da alles drinne? Hm, hm. Eine ganze Menge Medi-Packs. Medizinisches Gel. Das ist ein mittelgroßer Teil. Denke, was ist ein mittelgroßer Teil? Sei es drum. Das heißt, ich kann jetzt aber gerade gar nicht mitnehmen. Na gut, da muss ich im Zweifel was wegschmeißen, ne? Was hier denn, kann ich da rein? Ne, das ist dicht. Ach, da muss ich aber rein. Wollen wir wieder einen Schlüssel oder was? Hier grunzt doch auch wieder irgendwo einer rum. Au. Fuck. Nein, 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 nein. Ah. X, 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 X. Fuck. Auf die Schnauze. Boah, was kommt denn hier noch alles rum? Aua. Daneben. Betroffen. Quarantäne aufgehoben. Ah, jetzt sind sie alle hinüber, oder was? Impulsprojektile. Sehr schön. Credits. Auch gut. Plasma. Stasepack. Habe ich noch eins von? Brauche ich gar nicht so wirklich, oder? Wahrscheinlich ist eh überall, wo ich... Ja, okay. Ich könnte das mal benutzen, um die zu verlangsamen, ne? Das ist wohl wahr. So, jetzt ist es hier noch so. Aha. Okay, jetzt habe ich gerade auch ein paar Medipacks verbraucht. Jetzt habe ich ja ganz gut Munition sogar hierfür schon. Sind das Credits? Ein Audio-Log. Ich konnte Jurgens endlich überzeugen, mir den Video-Feed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von Ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Necromorfen, wie kein sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. So, so. So ein verrückter Wissenschaftler. Credits, da haben wir schon wieder ein paar gesammelt, ne? Aber Energieknoten könnte ich ja auch gut gebrauchen eigentlich. Guck mal, hier ist nämlich auch schon wieder direkt so eine Stase. Stase-Station. Lädt die sich denn eigentlich wieder auf? Lädst du dich wieder auf, du Gerät? Gut, macht's. Ah ja, was? So, und da muss ich rein. Achso, jetzt ist Quarantäne aufgehoben. Jetzt sind die offene Sachen. Gut, verstehe. Erstmal hier plündern. Voll. Was hab ich denn da alles drinne? Was ist das denn? Achso, das hab ich auch da drin. Okay, damit muss ich gleich mal an den Shop dann. Komm, davon schmeiß ich jetzt einfach mal eins weg. Dann nehme ich nämlich doch lieber noch das hier mit. Nicht wahr, nicht wahr? So, und dann könnte ich hier speichern. Dann mache ich ja auf. Speichern. Save it, baby. Okay. Biological Prosthetic Center. We keep your working. We keep you working. So, attention. In case of emergency, proceed to hospital wing of medical deck. The BBC is for stabilized injuries only. Gut, 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 gut. Hilfe! Oh Gott, ich bin! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Ja, kann ich... Wie denn? Bitte warten. Worauf denn? Dass der da drin tot ist oder was? Hä, was sind das denn für kleine Mistviecher? Die sind ja niedlich. Ja, jetzt kann ich die aufmachen. Warum nicht vorher schon? Bäh? Wo sind das Viecher jetzt hin? Wow! Ei, ei, ei. Hat sich ja doch der Plasma Cutter besser angeboten, glaube ich. Hier mit Querschuss und so. Tralala. Alter, was ist denn das hier für ein Labor? Das ist schon ein bisschen krank, ne? So, wo ist denn jetzt mein Termit? Meine Termiten. Oh, ich höre hier schon wieder was. rumgrunzen. Ah, der Plasma Cutter gefällt mir gut. Hör mal. Muss ich ja mal sagen. Boah. 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 Boah, alter. Matsch. Jetzt kriege ich aber wahnsinnig viel Munition für das andere Teil. Na, guck mal hier. Ich will mehr Credits haben. Ich will mir ganz viele tolle neue Sachen kaufen. Vor allem nochmal einen neuen Anzug, damit ich mehr mitnehmen kann. Ist ja schon wieder hier viel zu wenig, was ich mitschleuren kann. Oh, das sieht nach irgendwas aus, was explodieren kann. Termit. Das nehmen wir doch. Das Termit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shotpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre, da nehme ich was Großes, komm. So, so. Ah, guck mal. Ein Energieknoten. Wie heißt das denn im Original? Original auf Englisch. Energyknot? Oder ist das irgendwie eine ganz dumme Übersetzung? Weiß man es? Mittel, ne? Hör, wieso soll ich da lang? Achso, ich kann hier lang. Wo auch immer mich was hinführt. Oder bin ich... Ach, ich verstehe. Nehmen wir die Abkürzung sozusagen. Was, was, was? Was? Ob du wohl deine Beine und Arme verlieren möchtest. Stase voll machen. Okay, jetzt kann ich mitnehmen. Ja, ich weiß es ja nicht, ob ich das bereue, wenn ich jetzt noch ein Stase-Modul wegschmeiße. Ich habe ja lieber Munition dabei. Komm, wir riskieren es mal. Oh, Schmatz. So, hier will ich hin. Und aus irgendeinem Grund will ich jetzt noch hier hin. Was ist denn hier die Mission? Das Termit finden. In der Nähe des Hauptlabors. Das habe ich doch nichts gemacht. Schockpad finden. Ein Tag. Wahrer Defibrillator sollte genug Saft haben, um das Termit zu zünden. Hemmend zuvor gibt es einen in der Zero-G-Therapie. So, so. Okay, da habe ich nicht zugehört gerade. Muss ich zugeben. Und Wir machen das Türchen hier auf. Und es passiert nichts. Es passiert nicht sofort was. Ich höre nur was. Aber weiter diesen Gang entlang gehen, tue ich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.